Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Das Leben ist ein Abbild vom Boxen. Das ist eins zu eins das Gleiche. Ich bin so, wie ich bin. Und wenn ich mich eingeengt fühle, dann muss ich mir Platz schaffen. Ich habe sehr viel Schmerz gehabt im Leben. Es ist vieles passiert. Ich spüre manchmal, dass diese Menschen eine Hand brauchen. Das ist ein Vorfall gewesen mit meinem Vater. Das kann ich ihm einfach nicht verzeihen. Alle für einen, einer für alle. Das wollen sie gerne. Ich bin so, wie ich bin. Ich bin so, wie ich bin. Und ich bin so, wie ich bin. Und ich bin so, wie ich bin. Vielen Dank.